Untertitelung. BR 2018 Zug ist noch müde, ist noch Wochenende früh. Nee, ist schon cool, dass hier gemacht ist. Naja, es ist nämlich, wenn die normale Paraprofen bewegt werden, dann hast du Staub und Dreck auf den Gleisen. Dann passiert es auch immer schnell, dass ein Zug entgleist. Aber jetzt fährt der ICE. Und ist schon wieder ein Gleis. Irgendwas hinten ist gut. Weil, jetzt hört es nämlich deutlich raus, dass da schon wieder ein Gleis ist. Hinten ist er rausgesprungen. Jetzt wird er drinnen. Jetzt wird er auch da hinten weiter. Naja, der ist da wieder eingesprungen. Nee, nee, der andere, der ist hinten in der Kurve stand. Naja, die Bäume, da siehst du, da sind gekaufte Bäume. Naja, hinten haben solche Pfeifenreiniger benommen, ein paar Dicke und haben die dann zurecht geschnitten und gefärbt. Da kannst du auch von hier sehen, eine Schattenbahnhof da. Da unten kommt jetzt der ICE. Ah ja. Da ist der ICE. Da ist der ICE. Da ist der ICE kaputt. Da kommt er hier kaputt. Ja. Da ist der ICE kaputt. Aber jetzt kommt schon ein Einstieg. Vielen Dank. 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 Okay, der ist richtig lang. Das ist ja auch mit der Begradungsanlage gemacht. Aber man sieht schon, die Anlage ist in die Jahre gekommen. Da fährt der ICE wieder. Ja. 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 Okay. Okay. Ja. 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 Ja.